Wir gehen Boote ohne ersichtlichen Grund kaputt. Ich habe ein Brot noch übrig zum Essen. Wenn das mir nicht gelingt, dann habe ich Truhen dabei, wo ich mein Zeug reinklebe und dann, dass es danach nochmal hole. Würde es halt als 18 Level verloren gehen. Ich habe hier eine Insel, da wären wir ganz schön gefickt gewesen, wenn wir da gespawnt wären, weil keine Bäume drauf sind. Neun Leute auf einer Insel, trostlos, keine Tiere, keine Bäume, gar nichts. Lost lässt grüßen. Ah, ich habe ein wiedergefunden lässt grüßen. Es ist mit Schnee bedeckt. Ich muss pissen. Daneben ist so ein Dichtbüro. WTF, wo kommt der plötzlich her? Daneben ist ein Dichtbüro. Ja, ich habe mein Ziel erreicht. Da ist ein Creeper aus dem Nix gespawnt. Einfach so. Was sagt er? Was sagt er? Bumm. Kapau. Ich krieg grad Magma Cubes. Magma Schleim. Ja. Kubi in Rot. Sein Bruder. Sein Bruder. So, dann verschöner ich mir kurz meinen Eingang zu meiner Mine. Meiner offiziellen Wohn Hölle. Heim. Hölle. Ah, da gehts wieder hoch. Loll. Wahrscheinlich auch grad aus dem Nix gespawnt. Ja, Can gleiche Idee wie ich, ne? Erstmal lol. Und Cubeside ist vor Schreck erstmal runtergefallen. Ich hab hier jetzt einen Fichtenbaum auf dem einzelnen Berg und wenn der mir jetzt keinen Zeppling... Ah, okay. Und dann machst du was, wenn es passiert wäre? Naja, da will ich mich jetzt nicht festlegen. Können wir mal her und die Koordinaten sagen von unserem kleinen Tal? Warte, ich hab grundsätzlich töten müssen. Ähm, Moment. Giff 3. Wir haben die Koordinaten. Pass auf. Ähm, wo steht das? Oh mein Gott. F3. Also wir sind bei 26... X 26... Oh scheiße. Y 61 und Z würde ich bei minus 136. Oh scheiße, ich bin 3000 Blöcke entfernt. Alter. Erstmal 3000 Blöcke entfernt sein, Standard. Ja so mehr ist halt auf einmal weiter als man denkt. What the fucking hell. Wieso müssen... Wieso müssen drei Gruppen, die fast dieselben Leute sind, Drei verschiedenen Channels, was umher tippen. Eine Lohn wieder nicht... Wo ist mein Boot? Wo ist mein Boot? Krass, Mann. Ach, da ist es. Meine Mine ist fertig. Mein Damonei ist... So was? 26? Ähm, 26 minus 137. Alter, ich bin so ein King. Ich bin so ein King. Ich habe 4 Lohn getötet. Und hab... Ja. Ich wurde kein einziges Mal getroffen. Dusler. Also Puppi, was brauchst du noch für Koordinaten oder hast du es? Also äh... 26 und minus 160. 137. 137. Ja, okay. Ich bin auf dem Weg. Ich muss sagen, ich muss jetzt meine Mine weiter ausbauen. So, bei 7 Lohn. Ich habe nur 5 Leder bekommen auf meiner Reise. Da. Ich trick sie aus, die kann gar nichts. So, ich habe keinen Hit ab... Ich habe keinen einzigen Hit abgekriegt. Und bin bei... Hört Leute, den Penis. Ja, das musste sein. Ja, musste sein. Jetzt habe ich nicht... Es ist immer lustig, wenn Leute sagen, dass es musste. Aber eigentlich musste es nicht. Ah! Scheiß, äh, Cobblestone Treppen. So ein Mongo, Jeremy, ernsthaft? Also, offiziell, wir müssen die Passwort-Chats nutzen. Offiziell, wir müssen sie alle umbringen. So, da ist noch ein... Alter, zwei Gast. Ja, müssen. So. Was sagste? Größerer Challenge. Hm? Weil ein Gas zu einfach wäre. Zwei. Und ihr dürft dreimal raten, was für ein Werkzeug ich nicht dabei habe. Äh, Bogen. Alter, ich muss da rüber. Ein Bogen ist ein Werkzeug? Ja. Ja! Für einige Leute schon. Segeljäger. Da ihr Werkzeug nennt sich Bogen. Die tun aber auch beruflich auch Bogen scheißen. Also, so mit Hey. Okay. Ich darf jetzt kein... Oh, Alter. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich darf jetzt kein Treffer. Ich darf jetzt kein Hit kriegen. Puff tot. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt überlebe, wenn ich zurückkomme. Weil ich habe jetzt schon ein angeschlagenes Herz. Äh, ne. Ein angeschlagenes Essenszeichen. Und, äh, hab aber kein Essen mehr. Oh, erzähl mir nichts von Essen. Ich krieg grad Hunger. Ich bin ca. 1000 Blöcke entfernt. Aber ich werd mich... Bitte, ja. Äh, ich werd mich... Merk dir die Koordinaten und, äh, bau dich so ein, dass nichts, äh, deine Items nicht wegfliegen, wenn du drifst. Wir ruhen dabei, bis zum Geht nicht mehr. Gut, ist grad ruhig hier. Vielleicht find ich Brot in den... Gasdingern da. Hab ich noch irgendwo Treppen? Ja, ich hab noch ein paar Treppen, aber die sind zu wenig. Dann machen wir noch ein paar. Alter. Ich bin grad so knapp in Lava gelandet noch. So knapp in Lava gelandet und stirbst grad, oder was? Ne, ne, ich hab kein... Ich hab kein Leben verloren. Also, äh, doch, aber nicht viel. Du bist in Lava gelandet! Das ist das, was mich so stört an der Aussage. Magma Creme. Und die bringt? Äh, Brotaufstrich. Ich bin... äh... Alter, wie hoch ist das denn? Wupp, 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 wupp! Eingang zur Mine ist fertig. Du hast ne Mine? Ja, ne Pornomine. Nennen wir sie Pornomine. Wupp, 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 wupp. Da ist ein Creeper. Diese Dubstep-Fanatiker heutzutage. Ja. Wupp, 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 wupp. Ah, ich hab meine... also ich hab vier Lohnstäbe. Äh, ich glaub ich komm mal langsam zurück, okay? Ja, das stand doch eigentlich schon fest, als du kein Essen mehr hattest, oder? Nö. Nö. Äh... Chat... Opa... 69 minus 20. Brauchst du Koordinaten? Ne, die hab ich. Dann passt das. Dann passt das. Oh mein Gott, Lohn. 69 und minus 20. Okay, dann würde ich sagen, machen wir erstmal die minus 20, mehr oder weniger. Bin auch bald wieder da. Ja. Ich hab aber nur eine Diamantpferderüstung, ne? Ich hab sonst eine Eisene und drei goldene. Die Diamantene gehört mir. Versteht sich von selbst. Ja, müssen wir erstmal einen Sattel finden und dann werden wir das Pferd teilen für den, der irgendwo hin will. Meine Pickaxe ist kaputt gegangen, das ist ein Scherz. Ja? Aber, der Niko ist ein Barbo und hat einen Stock dabei und hat vier Eisenbahnen gedroppt und kann sich eine neue machen. Was droppt denn hier bitte Eisen? Äh, gekriegt, nicht gedroppt. Also in der Truhe. Ja, lass lieber eine andere Festung suchen, weil die sind normal irgendwie so 5, 600 Blöcke entfernt und die hier ist 1000 Blöcke entfernt von da, wo wir waren und da hab ich keinen Bock nochmal hinzugehen. Ja, wenn du sie sowieso leer hast. Ja, eben. Wenn ich wieder da bin, mach das lieber so, dass du das Portal schließt. Ah, fuck, fuck. Du hast Angst, dass jemand zu uns kommt. Ja, oder wir machen halt Lava um drum. Ja, oder wir machen zu Oxidian und Lava um drum. Ja, irgendwie fies und kommt ja keiner mehr raus. Auch außer Hölle nicht mehr. Ja, das ist doch egal. Ja, du kommst raus, du kommst raus, keine Angst. Das dauert, ähm... So. Ich denke, ich muss nur noch über diesen Berg. Oh, schön hohe Wände. So muss das. Ich muss nur noch über diesen Berg und dann sollte ich es geschafft haben. Also, ich bin offiziell für Zucker oder zuständig. Weil ich hab da ne tolle Farm. Gut, ich komm mit neuen Leder. Dann können wir den ein bisschen aufbessern. Aber da seid ihr. Ihr? Ja, du. Äh, ich nicht. Ja, du halt. Also, ohne dass ich jetzt jemand angesprochen habe. Alex, Alex, komm mit uns in die Berge. Hey, ich heiß nicht Heidi. Ich heiß nicht Heidi. Ah, Alex. Ah, Alex. Ich heiße auch, ich heiße nicht Heidi. Deshalb singt er ja auch Alex. Äh, 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 äh. Was? Ne, wirklich. Lass Wasser auf Zucker drauflaufen, da passiert nix. Wie meinst du? Das wusste ich aber auch nicht. Wusste ich. Das Zuckerrohr wasserabweisend ist? Ich dachte, man kann es mit einem abbauen. Nein, Zuckerrohr nicht. Ja. Kommt drauf an, ähm, 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 äh, 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 du gehst. Nein, bei mir ist oben drauf fließen, da ist so nix passiert. Ich glaub von der Seite muss kommen. Das ist nämlich nicht passiert. Alter, das ist gar nicht geil. Nee, da baue ich mich lieber. So, dann muss ich aber hier noch. Oh mein Gott. Nein! Baut gar nicht ab. Und Nils ist schon wieder online. Was macht der bitte? Kann ich mir mal einen Stein von mir nehmen? Ja, kannst du. Ich würd dir, ich würd jetzt grad eben was du gesagt hättest, was du sagen könntest, wär, ne, das ist mein Stein. Das find ich lustiger. Das ist mein Stein. Den hab ich speziell gefarmt. Nur für mich. Denn ich bin ein YouTuber. Ich bin Geldgeil. BZB Steingeil. Oh, das klang jetzt falscher als gedacht. Ganz leicht. Wenn ich jetzt runterfalle ist alles für die Katze. Müssen wir immer, äh, Erfahrung an die Katze machen. So. Und Peppy, wer's hellste von Medamine? Ja. Ordentlich ausgebaut, schön viel Licht. Es ist ein Pilz gewachsen. Ich pflanze ihn neu an. Haben wir schon ne Pilzfarm? Ja, aber da da keiner in der Nähe ist, wird der Junk nicht getriggert. Deshalb war eigentlich nichts wächst. So wirklich. Jetzt müssten wir einen Mod installieren, wodurch wir einen Junkler oder hätten. Ah, Gast. Überleg, wo ich mein Haus hinbaue. Dauer. So, dann baue ich jetzt die dritte Etage der Zuckerrohrplantage. Ja, ein Weg nach unten. Ah, zu kurz. Fuck, jetzt habe ich keine Spitzhacke mehr. Mal gucken, habe ich noch ne Steinspitzhacke? Nein, da kommt meine Eisenspitzhacke ran. Was natürlich eigentlich Verschwendung ist, aber YOLO. Scheiße. You only live Oreos. Ich hab auch kein Gold mehr. Ich hab auch keine Dinger mehr. Hm. Das bringt's nicht, wenn ich da in die Richtung baue. Jetzt muss ich Holz mit der... Obwohl, hier ist ne Höhle. Hast du noch Holz in deinem Haus? Ich? Äh, glaub, äh, bissl was, aber nicht viel. Wenn ne Spitzhacke müsste... ... ... ...